Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. In der ersten Stunde des 6. Juni, wenige Minuten nach Mitternacht, rollt die gewaltige militärische Aktion an. Die Flotten zweier Weltmächte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020